Jo Freunde, was läuft, was geht, Game with Joey ist zurück, eine neue Folge. Wir sind heute wieder im Amorakasino, ich habe eine Balance von sagen und schreibe 12.000 Euro. Heute geht es in eine Runde Doghouse. Wir fangen an mit Doghouse Dice Show. Ja, ich wollte jetzt mal was anderes spielen, beziehungsweise Doghouse spiele ich ja immer. Deswegen Doghouse Dice Show mal heute, Pragmatic Play. Ihr wisst, ich glaube die Doghouse spiele absolut meine Lieblingsspiele. Falls ich noch nicht gesagt habe, 12.000 Euro ist die Balance. Aktuell wieder am Aufbauen, schön, dass ihr dabei seid. Gucken wir mal, was für Einsätze wir hier pullen können, 36 Euro, let's go, wir gehen rein. Ich probiere es mal auf 36 Eurofach, ich hoffe ich komme hier rein. Ja, jetzt hoch anfangen und dann mal schauen. Ist natürlich ein schwieriges Game jetzt, aber wer weiß. Vielleicht haben wir Glück und kommen rein. Am besten mal jetzt gleich ding, ding, ding und dann Abfahrt. Boah, das Sound ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. 230 Euro, okay. Beziehungsweise Sound ist okay, aber die Lautstärke. Ich glaube ihr hört das ganz normal, aber ich höre das hier noch doppelt. Deswegen, so ist besser. Oh, 108 Euro nur für das Symbol da unten gehabt. Vielleicht haut der gleich mal einen Banger raus. We will see. Am besten wäre natürlich Fries, 36 Eurofach wäre, überragend. Weil ich würde die Balance sehr gerne noch höher spielen. Wie ihr mich kennt. Ja. Aber immerhin hat er mal angeteasert. Ah. Ding. Ding, 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 ding. Ach. Ich könnte es schon gebrauchen hier. Ist natürlich auch hardcore, ne? Auf den Einsätzen. Aber ich will es jetzt wissen. Das könnte die Balance gut verändern, wenn wir hier reinkommen. Oder mal ein Bild kriegen. Zwischendurch. Zwischendurch. Zwischendrin. Ich bin wach. Aua. Aua. Aber jetzt geht er rein. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ach, Diggi. Der bietet gar nichts an. Das ist so alt. Das ist so alt. Komm, komm, let's go. Wieder nicht. Geh rein. Ja, ich kann das auch schnell spielen. Kann, ne? Mann, jetzt wollte ich mal ein anderes probieren und da kommt gar nichts. Jetzt aber. Boah, das motiviert mich nicht, das Spiel weiterzuspielen. Jetzt aber, komm. Kann nicht so schwer sein. Geht er nicht. Toll. Toll, toll, toll. Ein Bonus bei Dog Horse. Mega Waze für die Spannung. Let's go. Jetzt könnt ihr live dabei sein, wie ich hier verknall. Mann, ich will jetzt wieder hochkommen. Der knallt jetzt. Let's go. 2.000 Euro Abfahrt. Abonniert nicht vergessen. Liked nicht vergessen. Komm, noch ein. Ding. Schade. Über vier freue ich mich ja immer sehr. Sechs Stück wäre natürlich optimal. Und jetzt Hütten, 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 Hütten. Ne. Mal zweier Hütten, mal dreier. Komm. Ne, weiter. Mehr Hütten, mehr Hütten, mehr Hütten. Komm. Nein, nicht aufgeben. Komm. Okay, gut. Leider nur normale Wild Hütten. Aber jetzt normal dreier vielleicht noch irgendwo. Ich platziere doch noch einen guten. Okay, mach J voll. Ah, okay, K. Ja. Jetzt blauen Hund. Noa, hinten. 1,4 minus 600 Euro. Schade, wenn das alles mal zwei und drei Hütten hätte, das richtig geschallert. Let's go. Abfahrt jetzt. Komm. Ich muss schon wieder echt knallen hier. Okay. Okay. Hütten, mehr Hütten. Null nochmal oder was? Egal, wofür zahle ich das überhaupt? Scheiße. Der will gar nicht. 3.000 Euro. Ja, Mann. Huf. Okay, so spielt man auf jeden Fall nicht, Freunde. Komm, ich hole noch einmal. Let's go. Letzten drei, Öde. Jetzt muss aber auch mal ein bisschen was kommen, Doc House, Alter. 2.000 Euro Bonus bei. Wieder wie ein verrückter Young Song. Jetzt komm. Hm, Hütten. Oh. Mach doch mal drei auf einmal einfach. Ding, 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 ding. Ja, doch nicht diese normalen Wild Hütten. Mal drei und so. Was ist das? Kann der doch nicht. Was ist mit Pyramidic los? Die haben Amundra. Was soll das? 166 Euro, Scam. Ich hatte so Glück, dass ich die 3.000 gekriegt habe und die instant weggeballert. Die Session ist natürlich freudig. Sein Vater. Let's go. Club Royale, Blackjack VIP. Einzige Rettung hier für mich, glaube ich. Ich sag mal so, ich hoffe auf beide Hände. 4.200 Euro Einsatz. Sonst sieht es hier heute sehr schlecht aus. Let's go. Komm jetzt. Das mache ich auch immer. 9. Ja, okay. Mach eine Y. Ja. 10. Okay. 6.7. 6.7. 6.7. Mach mal eine 6.7. 6.7. 6.7. Okay. 17 vielleicht. 20. Aber Mati auch eine 10. Komm jetzt. Let's go. Das ist wichtig. 17. Okay, okay, okay. Sag nicht so schlecht. 6.000 Euro. 6.000 Euro. Jetzt 2.800 Euro Einsatz. Come on. Let's go. Let's go. Jawohl. Jetzt ein Blackjack. Komm, Blackjack. Barstraße. Wenn ich es richtig sehe, ja. Und 9 gegen 3. Ja, komm. Was schön ist drauf. Mach mal 7. 4. 14, Digga. Hauptsache keine 10 jetzt drauf. 6. 8. Ich lasse die jetzt ernsthaft stehen. Mal gucken, was da kommt. Mach eine 10. 11. Okay. Bei 16 gewesen. Jetzt eine 10. 10 drauf. Incoming. 10. Was ist das? Was ziehe ich mir jetzt zusammen? 3. Das ist doch eine Verarsche. Was machst du da? Ja, bastet. Ich bin zu dumm. Ich weiß nicht. 14 und 13 gegen 3. Jetzt muss ich hoffen, dass sie sich überzieht. 10. 10. Ich hätte einfach nicht so gierig sein sollen. Dann hätte ich beide Ende gewohnt. 3.150 Euro war aber nice. Gute Round. 2.200 Euro Einsatz, Freunde. 2.200 Euro Einsatz, Freunde. Okay, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Mal gucken. Los. 2x8 gekommen. 2x8 gekommen. Nice, immerhin, komm, gewinn beide Hände, gewinn beide Hände, Joey gewinn beide Hände, komm, beide Hände, 3200 Euro Einsatz, please, 5, okay, okay, aber gegen, hui, Per getroffen, immerhin, come on, ich lass die stehen, 15, gegen 3 jetzt, komm, komm, das wird meine Hand, let's go, nein, ja, genau, genau, 21, Digga, komm jetzt, hier doch 200 Euro Einsatz, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, 10, 4, 2, 17, 9, okay, in Ordnung, und 19, ja, komm, 19, 17, gegen 2, Freunde, das muss doch jetzt klappen, Ja, warum nicht beide, trotzdem nicht schlecht, komm jetzt, auch mal ein vernünftiges Zeitbett jetzt, Pullen, komm, Okay, 10 hier, irgendwie zusammengezogen, gut, Ja, ja, 21 zusammengezogen, geil, Komm jetzt, gib mir mal eine niedrige, niedrig hoch, niedrig hoch, 20, uff, Sehr close, das Ding, Alter, Mach das zu Hause nicht nach, 4700 Euro Einsatz, Jetzt kommen beide Hände, gewinn, dann bin ich raus, dann bin ich raus, Let's go, let's go, Let's go, Stark, So, jetzt mal 17, oder so, Ja, Ich geb den Ding den Kopf, muss, will der mich, Fuck, ey, Okay, – Vielen Dank. Ich mache es zu Hause auf keinen Fall nach, auf keinen Fall. Komm jetzt, komm jetzt. Was zieht der sich zusammen? Das Glück muss auf meiner Seite sein, komm jetzt. 10, 10, 10, 10, 10. Ja! Lockere Runde jetzt, 1-6. Was machst du jetzt locker, ne? Nice! Die nehmen wir zwölf, sieben mal eine. Mach mal ne neun drauf, komm. Dann haben wir eine richtig krasse Runde. Sieben, okay, neunzehn und zwanzig. Hätte ich doch auf dem selben Einsatz spielen können. Dann hat er jetzt richtig geschallert. Und zu viel. 23, okay, gut. Ich hatte das auch im Gefühl. 2600, komm, let's go! Let's go! Dann haben wir gleich wieder die Balance, komm! Bam! König! Bam! Bam! Geil! Perfekt pair getroffen. 17 gegen sieben. Ich lasse. 10. Okay. 2,5. Oh nein, nein! Spielerwechsel oder was? Komm, die bringen jetzt Glück Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt Oh mein Gott Gut, gut Gut, gut Ja! Ja, Mann, Blackjack, ja, Mann Komm, jetzt einfach 7, mach eine 7 darunter bei ihr 7, 7 10 18 Okay, 4200 Euro, wir sind hoch auf 11.000 Ich gehe raus, Abfahrt 12 gestartet, aber jetzt nichts verloren Ich war eigentlich ja schon pleite, habt ihr wohl gesehen, ne? Ach, du Heiliger Aber ich habe auch schon so rollig angefangen, komplett übertrieben Wir gehen weiter in ein Doghouse, Multirold Ich habe ja gesagt, ich mache heute ein paar Runden in ein Doghouse Eieieieiei, was ne Session Manchmal brennt es auch einfach mit mir durch Ihr kennt das wahrscheinlich Passt da echt drauf auf Wir kaufen für 1.000 Euro, let's go Und jetzt mal einfach krachen Das ist vorhin auf 2.000 Euro, das war auch zu krass, da kam auch gar nichts Komm, jetzt hier krachen in Doghouse Multirold Jetzt einfach mal richtig durchziehen Genau, da oben links noch eine Hülte und dann die Scatter Jetzt schon mal anfangen mit Scattern Genau, genau Gut Jetzt hier oben links noch Hier wäre Indorm wichtig Oh, mach die Scatter Die Scatter auch, ne? Ach, jetzt macht er keine Scatter Komm, Scatter Jetzt fehlt ein Scatter Mach ihn, mach ihn Ach, Dinger 79 Euro Ich krieg mir Wasser 1.820 Euro Bonus bei Wir gehen rein Jetzt komm Diese Bonus-Bais, ne? Die machen mich noch verrückt Jetzt komm Das ist enorm wichtig jetzt Digga, was ist denn hier los? Hütten Ja, ich komm nicht mal ins zweite Level Ich hab jetzt zwei Bonus-Bais gemacht 3.000 Euro weg 3.000 Euro Bonus bei Abfahrt Das muss doch jetzt mal was werden Come on, Freunde Ey, ich riskier's doch komplett Einmal mit Glück daran Primatic Im Amun-Ra Komm Okay, ein Scatter Jetzt direkt Hütten Zwei, drei Stück Mach die Hütten Mach erst die Hütten Drei Stück am besten Okay Kaum Hütten Ja, mach den Scatter Das ist eine Hütte Ja, mal hin Das ist Level 2 Okay, plus zwei Hütten liegen halt komplett Müll, ne? Gut Gut, 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 gut Das war ein guter Spin Und jetzt auf Walze 2 Mal drei Walze 2 mal drei da rein Mach's doch einfach Und Scatter ist wichtig Komm, ja Egal, nehm ich Kann noch Kann noch richtig knallen Drei Ein, Digga Ein Okay Okay, muss jetzt schon was Bilder kommen Klar kommt kein Bild Kann's nicht sein Jetzt mach was Boah Nice Guter Start Gut, weiter, weiter Jetzt mach einfach zwei Scatter hier unten in die Hütte Zwei Scatter unten links Jetzt ein Scatter Jetzt ein Scatter Jetzt ein Scatter einfach Komm Dann haben wir Dann haben wir ein richtig gutes Lineup Scatter Ja, 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 ja Jetzt knallt's 1.410 Ja, Mann Ja, Mann Komm jetzt Jetzt knallt's Drei Ja Ja, Mann Das ist ein Lineup Das ist ein Lineup Von dem ich geredet hab Da volles Ding Da rechts wieder Scatter Geil 2.204 Bam Jetzt scheppert's hier Ich hab's geschafft wieder Jawohl Hinten Okay Aber immer in die Mieze 1.645 Das ist jetzt einfach Cash Cash, Cash, Cash Jawohl Und er macht noch einen Scatter, Freunde 1.982 Jetzt ballert's hier Mach drei, komm Okay, rein Jetzt guck mal Was wir da haben Ach du Heiliger Der kann nur noch zahlen Der muss mal jetzt was voll machen 2.034 Wieder Bam Der kann nur noch zahlen Mach den blauen Hund Irgendwo voll Zieh ihn durch Oh, oben rechts auch Schallert Das schallert Hier 2.258 Bam 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 Let's go Und einmal blauen Hund wünsche ich mir noch 1.820 13.000 Euro Bisher Blauen Hund Blauen Hund Blauen Hund Oben, oben, oben Irgendwo Nein, nein Doch Hinten, hinten Okay 3.981 Nochmal 17.683 Euro Ja Was soll ich dazu sagen Macht zu Hause auf keinen Fall nach Ich hatte jetzt noch Glück Bin hoch auf 21.000 Euro Wie auch immer War auch schon auf Null eigentlich Also kann man wirklich so sagen Das war einfach nur krank jetzt schon wieder Ja In diesem Sinne würde ich sagen Reicht für heute War echt eine heftige Session Falls du auch mal zocken wollt Check die Links in der Videobeschreibung Falls ich jetzt nicht Glücksspiel Kannst du dir mal anspielen Bitte nur mit dem Geld Was überhaupt Ihr habt es gesehen Man kann natürlich auch alles verlieren Oder fast alles verlieren Habe ich ja fast Ähm Genau Deswegen macht euch das immer bewusst Haut rein Macht's gut Bis morgen Euer Game of Church Sch liegt mal Ich glaube ich Ich glaube ich